Ah ne, dann nimmt er das wieder für irgendein Rotzlied, denn ich bin selbstbedeidig, ist ja auch dumm. Ich finde das selbst lustig. Wenn du jetzt die Video draus machen würdest und sagen, dann werde ich auch lachen und mich damit selbst auslachen. Huna LP, Gons am PC, jeden Tag gibt es was Neues zu sehen. Video am Start egal ob GTA, Legend of Zelda und L.A. Noire, Iggy am Start, Mario Kart, jedes Jahr kommt ein Adventskalender. Mega Man 5, GTA 4, Chaos Flophant eine Freundin sagt dir. Ballad of Gay, Tony Allen Wake, I wanna be the guy Videogame. Hässliches Haus in Minecraft gebaut, alle beschweren sich da scheißen wir drauf. G zu dem Ü, N zu dem T, E zu dem R zu dem Guna LP. G zu dem Ü, N zu dem T, E zu dem R zu dem Guna LP. G zu dem TR! Du wirst ihn wachen! Avatar 3D ein Witz gegen dich, Hardcore Pornos sind nichts gegen dich. Falls ich da falsch lieg, berichtige mich. Aber was genau meinst du mit... Außerdem weiß jeder, du bist ein Luder, googelt doch einfach mal nach Fist of Guna Oder nach Guna, die Tennis-Tie-Nutte, du bist da die Nummer 1, wenn ich gucke Außerdem oberstes Suchergebnis, Guna LP, Frau mit Penis Wenn ihr mir nicht dobt, probiert es doch aus, trotzdem ist Guna cool drauf Geh zu dem Ü, N zu dem T, E zu dem R zu dem Guna LP Geh zu dem Ü, N zu dem T, E zu dem R zu dem Guna LP Ja, ich hab dich stört Das ist deine Hilfe, du hast doch Danke Ja, ich hab dich stört Du wirst dich machen So, Bumbi 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 Dauer Ach ja, der Dieter Ja, ich hab dich stört Ja, ich hab dich stört Oh, die da Du wirst dich machen Oh, die da Ja, ich hab dich stört Untertitelung des ZDF, 2020